so weiter geht es heute mit der nächsten quest und die heißt das nachspiel es ist tatsächlich die dritte in diesem display mit wahrscheinlichkeit zumindest die was die nächste hauptquels also viel aber jetzt nicht mehr zu tun so wie soll man ja sprechen wir sind gerade weggelaufen warum auch immer und auf geht's ich werde kleopatra vernichten für das was sie getan hat konzentrieren wir uns auf unser vorhaben was ist übrig nenn mir eine sache die uns noch bleibt erreiche das graf von alexander dem großen da wo wir schon mal waren wir suchen immer noch hemmos mörder ja wir werden nicht aufgeben wachen voraus noch ein stapel leichen verdeutlicht unseren standpunkt ja wir werden nicht aufgeben es ist zu lange dass wir für mehr als ein paar tage zusammen waren ja es scheint nur momente her er ist nicht einfach der weg dem wir folgen aber nur wenn du die tage zählst und nicht die ziele bayek komm beeilen wir uns hier ist doch irgendwas in gerne etwas ist ja meine freunde schon längst so jetzt gehen wir wieder hier runter wo wir schon mal waren verteidiger apollodorus jetzt geht's Tschüss! Okay. Gute Reise, Apollodorus, in das Haus des Hades. So, der Löwe, Flavius. Und damit wissen wir auch, wer der letzte Gegner ist. 6.000 Erfahrungspunkte für das Nachspiel. Wir fassen mit 33 schon wieder. Und damit wissen wir tatsächlich, wer an allem schuld ist und wer der finale Gegner sein wird. Wie gesagt, das wird der Löwe heißer, der Flavius. So, die letzte Abwägung. So, ich muss mal ganz kurz mal schauen, was war wegen Ausrüstung und alles drum und dran. Damit wir hier... Warte mal, ich gucke gerade. Ist das ein Jagdbogen? Legendärer Raubtierbogen. Ich bleib aber bei dem. Ich wisse ich mal zwar... Wir könnten... Ja, wir haben viele Sachen, die... ... 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